Andreas Beck war zu Gast bei Mario Lochner. Es wurde fast ausschließlich über Tesla gesprochen. Natürlich dann fast eine Einladung für mich, darauf zu reagieren. Speziell aber, weil seitens Andreas Beck hier einige haarsträubende Aussagen, teils einfach sachlich falsche Fehlinformationen verbreitet wurden. Es ist immer noch eine Bewertung, wo man sagen muss, die Fundamentalinvestoren können es noch nicht anschauen. Aber es ist egal. Tesla hat den Anschluss verloren. Bei Tesla hat es ja ein Niveau angenommen, was in überhaupt keinem Verhältnis stand. Ich hätte mir gedacht, im Juni, die Party ist jetzt gelaufen. Und leider auch von Mario Lochner diese Falschaussagen weder aufgegriffen noch infrage gestellt, geschweige denn korrigiert wurden. Deswegen empfinde ich es fast als meine Pflicht, auf diesem Kanal darauf zu reagieren. Wenn euch dieses Format interessiert, dann gebt mir gerne das Signal in Form eines Daumens nach oben, kostet euch keinen Cent und hilft mir nachweislich weiter. Deswegen vielen Dank an alle, die das regelmäßig tun. Aber legen wir direkt los mit den ersten Aussagen von Andreas Beck. Und ich dachte eigentlich, Tesla wäre auch so ein prototypischer Fall. Weil Tesla war erst unbeliebt. Die Tesla-Aktie hat ja relativ lange nicht viel gemacht und war am Markt als Insolvenzkandidat gehandelt worden. Also sieht man an den Risikoprämien, die für Anleihen bezahlt wurden bei Tesla, die waren astronomisch. Das war ein echter Junkbond. Also Andreas Beck merkt hier richtig an, die Tesla-Aktie war über sehr lange Zeit sehr unbeliebt bei Privatanlegern, auch bei institutionellen Anlegern und wurde als Insolvenzkandidat gehandelt. Und das lag einfach daran, dass Tesla tatsächlich kurz vor der Insolvenz stand, mehrere Male, bis in das Jahr 2019 hinein. Und Elon Musk erzählt ja oft genug, wie das damals war, dass sozusagen das Hochfahren der Produktion, das Model 3, dazu geführt hat, dass die Firma das fast nicht überlebt hätte. Und diese wirklich fundamental riesigen Probleme hielten tatsächlich bis in das Jahr 2019 an. So weit, so gut die Analyse von Herrn Beck, aber dann wird es plötzlich merkwürdig. Also, so und dann kam es, warum auch immer, zu einem unglaublichen Hype. Warum auch immer, sagt Beck, warum auch immer wurde diese Aktie plötzlich beliebt und das ist doch recht komisch. Eigentlich ist ja ganz offensichtlich, was hier passiert ist. Ich meine, er hat es ja gerade selbst beschrieben. Die Firma war über lange Jahre ein großer Pleitekandidat. Und dann plötzlich, im Jahr 2019, verflüchtigte sich plötzlich diese Insolvenzgefahr immer weiter. Mit jedem Quartal lieferte Tesla solidere Ergebnisse ab. Und dieses große Damoklesschwert über dem Unternehmen, Insolvenz, verschwand plötzlich. Und deswegen finde ich es komisch zu sagen, warum auch immer, wurde diese Aktie plötzlich beliebt, nachdem das größtmögliche Risiko für ein Unternehmen plötzlich sich in Luft auflöste. Warum auch immer. Klar, heutzutage, wir sind sehr brandorientiert, muss man sagen. Es gibt auch serielle Güter als hochwertig zu verkaufen. Das funktioniert heute, indem ich sie kulturell auflade. Die ganze Luxusindustrie funktioniert da. Und leider, über die sozialen Medien und über die Art, wie Presse heute funktioniert, sind wir immer ganz stark dabei, dass Dinge kulturell aufgeladen werden oder eben nicht. Und die Figur Elon Musk hat das halt unglaublich gut gemacht. Und hat dann eine richtige Jünger gehabt. Und dann wurden halt, also es gab viel mehr Leute, die Tesla-Aktien gekauft haben, als es Leute gab, die ein Tesla-Auto gekauft haben oder hätten wollen. Ja, logisch. Also er sagt hier, eine Tesla-Aktie hat mehr Käufer, als die Firma Tesla Käufer für die Fahrzeuge hat. Also natürlich hat eine Aktie für ein paar hundert Euro einen größeren Käuferkreis als ein Fahrzeug für 60.000 Euro. Aber das ist doch immer so. Also es gibt ja auch mehr Aktionäre von Rüstungsfirmen, als es Käufer für Panzer gibt. Ja, oder die Airbus-Aktie. Wie viele von euch haben die Airbus-Aktie im Depot? Wie viele von euch haben einen A380 vom Haus parken? Es geht wahrscheinlich gegen Null. Also man merkt einfach, Beck macht hier Aussagen, die über fast jedes Unternehmen zutreffend sind, stellt sie dann aber so in Bezug auf Tesla dar, als wäre das alles nur ungerechtfertigter Hype. Hype. Und das hat einen Fadenbeigeschmack für mich. Es ist ein richtiger Hype um die Aktie entstanden und dann ging halt eine Dynamik los, die war ja unglaublich. So, und dann gibt es halt, okay, dann entsteht halt das, ah ja, wollte ich eigentlich auch kaufen, ist mir zu riskant. Missing out. Genau, und dann ist sie noch mal gestiegen. Ja, Wahnsinn, hätte ich doch damals nicht gezögert, ach, hätte ich jetzt nicht gezögert, ach, hätte ich jetzt nicht gezögert und irgendwann kaufen wir halt. Aber irgendwann ist auch der letzte Investierter, der so denkt. So, und dann wird es halt eng. Und bei Tesla hat es ja ein Niveau angenommen, dass dieses Automobilunternehmen praktisch mehr wert war, als die gesamte Konkurrenz zusammen. Was überhaupt kein Verhältnis stand. Ich weiß auch, dass wir damals auch das mit VW verglichen haben und ja, genau. Der Vergleich zwischen Unternehmen wie VW und Tesla, das haben wir hier auf diesem Kanal mittlerweile x-mal gemacht, trotzdem hier nochmal im absoluten Schnelldurchlauf. Volkswagen produziert, Stand 2022, ca. 230% mehr Fahrzeuge als Tesla. Wenn man aber die letzten verfügbaren Quartalsberichte vergleicht, stellt man fest, dass Volkswagen 46% weniger Nettogewinn ausweist. Richtig, Volkswagen produziert ein Vielfaches an Fahrzeugen, und zwar Verbrennerfahrzeugen und verdient unterm Strich weniger als Tesla. Volkswagens Produktionsvolumen und Nettogewinne schrumpfen. Tesla expandiert stark. Vielleicht hat ein schrumpfendes Unternehmen eine andere Bewertung verdient, als ein expandierendes, hochprofitables, wenig verschuldetes Unternehmen. Vielleicht ist aber auch alles nur Hype. Wer weiß warum? Ja, dann ging es runter mit Tesla und dann ging es hoch mit VW. Wir hatten dann nach kurzer Zeit, hatten wir 75% Kursdifferenz zwischen den beiden Werten. Aber wie immer, das ist natürlich Zufall. Aber die Grundbotschaft war richtig. Aber trotzdem hat sich die Tesla-Aktie dann ganz anders verhalten. Ja, aber jetzt müsste man ja eigentlich meinen nach der Theorie, nach dem Motto, hier sah es ja so aus, geht es runter. Aber dann, gut, dann gab es erstmal hin und her, Seitwärtsbewegung, aber dann ist ja nochmal voll durchgestartet. Also eigentlich hätte es ja nach unten durchgereicht werden müssen, theoretisch. Ich hätte mir gedacht, im Juni, die Party ist jetzt gelaufen. Weil Tesla war immer noch, obwohl es diesen Rückgang hatte, war immer noch astronomisch bewertet. Und es hat sich immer mehr abgezeigt, die Konkurrenz kommt. Also den ganzen Vorsprung, den Tesla hatte, in der E-Mobilität, der schmilzt. Die Konkurrenz schläft nicht. Also hier nochmal die Frage, wo ist die Konkurrenz in Bezug auf das, was an der Börse zählt, nämlich die Profitabilität? Wo sind da die Fortschritte? Schwarz auf Weiß. Wo sind die Unternehmen, die mit E-Fahrzeugen Geld verdienen? Wo sind die in Europa und in den USA? In Asien gibt es ein oder zwei, die mithilfe von staatlichen Subventionen gerade so Geld verdienen. BYD hat eine Nettomarge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aber wo sind die Unternehmen, die da Fortschritte machen? Die sagen, wir werden bis 2026, 2028, 2030 ähnliche Margen erzielen können wie Tesla. Wo sind diese Unternehmen? Spoiler-Alarm, sie existieren nicht. Wo sind die Unternehmen, die im Jahr 2023 vermutlich zwei Millionen E-Fahrzeuge absetzen werden und damit eine große Stange Geld verdienen? Also wo sind diese Unternehmen, wo sind diese Fortschritte, von denen Herr Berg spricht? Da geht mir der Puls auf 180. Jetzt werden die ersten Kommentare schon kommen. Also egal, ob ich autonomes Fahren anschaue oder andere Dinge anschaue, es ist halt unglaublich, wie die Konkurrenz jetzt da kommt mit einer Macht und der Markt ein anderer ist. Und ein anderer werden wird, da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist die Luft jetzt raus und es war halt überhaupt nicht der Fall. Ja, weiß ich auch nicht. Nein, also selbst der jetzige Absturz ist nicht theoriekonform, obwohl Tesla fundamental gesehen ja immer noch astronomisch bewertet ist. Jetzt muss man allerdings sagen, Tesla hat sich ja auch toll entwickelt. Das muss man ja auch sagen. Also sie sind profitabel. Sie sind jetzt kein Start-up mehr. Also keiner spricht mehr von einer anstehenden Insolvenz. Auf der anderen Seite ist halt die Konkurrenz dramatisch gekommen. Also wir haben zum Beispiel kürzlich eine Analyse gefahren über den weltweiten Automarkt, was die Patentpipelines angeht. Und da hat Tesla in den letzten drei Jahren den Anschluss verloren. Okay, die Zahl der Patente als Indikator für Innovationsvorsprung. Also diese Betrachtung halte ich für problematisch. Darüber kann man sicherlich lange streiten. Ich bin auch kein Patentexperte. Aber schauen wir mal auf die Fakten. Ja, Toyota ist mit riesigem Abstand, also einem dreifachen Abstand, der Autobauer mit den meisten Patentanmeldungen. Toyota ist aber einer der letzten Namen, die mir auf der Liste der Innovationsmaschinen dieser Welt einfallen würden. Generell haben Elon Musk und seine Firmen eine sehr spezielle Beziehung zu Patenten. So findet man allerhand Zitate wie dieses hier. Patente sind wie der Kauf eines Lotterieloses für einen Rechtsstreit. Oder? Ich kümmere mich nicht um Patente. Patente sind für die Schwachen. Patente dienen lediglich dazu, den Fortschritt zu unterdrücken, die Positionen riesiger Konzerne zu festigen und die Juristen zu bereichern, aber nicht die eigentlichen Erfinder. Bei SpaceX haben wir tatsächlich kaum Patente. Auf einer Unterseite der Tesla-Webseite findet sich ein Artikel von Elon Musk aus dem Jahr 2014. Unter der Überschrift »Alle unsere Patente gehören Ihnen« findet sich der Satz »Technologieführerschaft wird nicht durch Patente definiert, die, wie die Geschichte wiederholt gezeigt hat, nur einen geringen Schutz gegen einen entschlossenen Konkurrenten bieten, sondern vielmehr durch die Fähigkeit eines Unternehmens, die talentiertesten Ingenieure der Welt anzuziehen und zu motivieren. Vielleicht, Herr Beck, vielleicht ist die Betrachtung der Zahl der Patente deshalb etwas zu kurz gegriffen. Das macht sich immer erst lange bemerkbar in der Zukunft, aber was da für Entwicklungen sind in der Automobilindustrie insgesamt und wie heikel auch da einige Strategien von Tesla sind. Wer gibt da am meisten Gas? Die Chinesen, die Deutschen auch gut dabei? In China ist eine unglaubliche Dynamik, in Deutschland ist bei Mercedes zum Beispiel eine unglaubliche Dynamik, auch was das autonome Fahren angeht. Batterietechnologie, die modulartige Bauweise, also alle arbeiten. Die Japaner arbeiten, die Koreaner arbeiten, keiner schläft. Tesla hat den Anschluss verloren, das ist eine steile These und jetzt wäre ja quasi die Frage, okay, es ist in gewisser Weise ein bisschen unberechenbar. Also ich kann auch sagen, Tesla ist so eine Aktie, es ist immer blöd zu sagen, da hat man ein Gefühl dafür, aber ich finde es auch, ja, es ist sehr, sehr schwer. Ja, das ist so. Jetzt hat man da immer noch eine Restunsicherheit, dass natürlich ganz wenige Patente vielleicht ganz entscheidend sein können, aber das konnte man doch relativ gut abwerten. Also man sieht einfach, Tesla war innovationsstark, hat sich jetzt sehr stark konzentriert auf Produktion, hat sich sehr stark darauf konzentriert, zu automatisieren, die Kosten in den Griff zu kriegen, auch die Produktionsqualität in den Griff zu kriegen, war da überraschend erfolgreich. Die Skalierung läuft ja so ganz ordentlich. In einigen Prozessen haben sie ganz tolle Schritte gemacht, aber dafür haben sie weniger Geld in Entwicklung und Forschung gesteckt und die anderen sind einfach hinten dran. Die haben jetzt das Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt. Nein, Tesla hat seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung seit 2020 mehr als verdoppelt. Also ich muss es mal ganz knallhart sagen. Also wenn man nicht die einfachsten Fakten auf die Kette bekommt, Fakten, die eine Google-Suche entfernt wären und sich dann in eine solche Sendung setzt und vor 75.000 Zuschauern seine Meinung preisgibt oder die Fakten preisgibt, dass Tesla also weniger für Forschung und Entwicklung investiert, weil sie jetzt alles in die Produktion geben würden. Ja, und mit diesen Falschaussagen 75.000 Privatanleger potenziell in ihrer Entscheidungsfindung beeinflusst, dann finde ich das traurig und ich finde das heftig. Das heißt, wir haben einfach einen anderen Markt und insofern ist diese Tesla-Geschichte unbewertbar. Es ist aber trotzdem so, sie sind jetzt profitabel, es ist alles schön und gut, aber sie sind immer noch unglaublich hoch bewertet aus einer fundamentalen Perspektive. Genau, so kann man das vielleicht als vorläufiges Fazit festhalten. Wenn man jetzt auf den Chart schaut, würde man ja sagen, Tesla, so billig kriegst du den nie wieder, aber da würdest du auf keinen Fall mitgehen. Niemand weiß, wohin die Aktie läuft, auf kurze Sicht. Auf lange Sicht zählt aber nur eins. Und nur eins, die fundamentale Entwicklung des Unternehmens. Wenn Tesla floriert, wird die Aktie von hier an steigen. Wenn Tesla dem Untergang geweiht ist und die Konkurrenz jetzt kommt, dann wird auch die Tesla-Aktie darunter leiden. Und das sind einfach die Fakten und darauf bezogen bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, was die Qualität und die Tiefe dieses Interviews angeht. Wie seht ihr das? Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.